Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Damen und Herren, uns allen wurde in den letzten Tagen bewusst, dass wir uns in einer der größten Herausforderungen unserer Generation befinden. Geschäfte sind gesperrt, es gibt Ausgangsbeschränkungen und unser tägliches Leben, unsere sozialen Kontakte wurden auf ein Minimum reduziert. Gerade aber in dieser Situation wird vielen Menschen bewusst, wie dringend notwendig und wichtig die Dienstleistung, die Reinigung und Pflege, die Sie täglich erbringen von Pensionisten Wohnhäusern, Spitälern, Büros, öffentlichen Verkehrsmitteln, tatsächlich ist. Ich möchte mich daher heute sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotz aller Sorgen und Ängste hier täglich Ihrer Arbeit nachgehen und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich der Coronavirus nicht in diesem Ausmaß weiter verbreiten wird und reduziert wird. Ganz wichtig ist mir auch Ihnen zu versichern, dass Sie keine Sorge um Ihren Arbeitsplatz bereit haben müssen. Sollte es Reduktionen oder Schließungen geben in den Bereichen, wo Sie zum Einsatz kommen, dann greift das von der Regierung beschlossene Kurzarbeitspaket und Sie werden keine Einkommensverluste haben. Wir alle wissen noch nicht, wie lange uns diese Situation weiter beschäftigen wird, aber ich bin sicher, dass wir mit den gesetzten Maßnahmen gut durch die Krise kommen werden. Bitte zögern Sie nicht, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, uns zu kontaktieren. Wir stehen für Sie zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und wir werden gemeinsam weiter hier unseren Verantwortungen nachkommen. Herzlichen Dank. 1 Und Doch Es wird 2 Vielen Dank.